Der Fall ist jetzt ab, aber trotzdem die Payload fährt halt und der Charge einfach auf Nisrael! Die Raffsched haben aber auch 4 Leute, auf 5 sogar! Nimmt das ganze Team hier auseinander! Hier direkt der Taktik-Vise vermeidet, wird aber direkt downshotted, also da! Jetzt hier an der Seite, Samki, mit einem schönen Rocket Barrage, kann die Kills auch mitnehmen jetzt für sein Team, aber da, Karo wieder mit dem wunderbaren Rest und jetzt mal schauen, was sie damit machen können, schöner Graviton-Search hier auf ganze 3-Member, ganze 4-Member und da, ja, können sie auf den Push halten und das ist jetzt wirklich Nisrael, aber, ja, sehr schöner Rest jetzt hier, müssen aber ein paar Kills, und das ist die große Frage, du führst den Charger nochmal zurück zu seinem Team, Funsims, fällt hier wohl aufs Feldmanovite, das ist natürlich ein wichtiger Pick und da, sehr schöner Charger auf Nisrael, und auch Karo, Felt an der Seite, Little Spoon, nehmt die Leute der Bitland auseinander, und damit der Ress einfach mal, hier, von Nisrael, hat die ganze Sache umgedreht, ist ein bisschen viel gejuster, aber hier, und da kommt der Ress, ach du grüne Neune, da leben sie wieder alle, und der Oerstatter hier, wird direkt Matschepump rausgenommen, Coletti ist der nächste, und auch Fruit Loops, damit haben sie ja gar nicht gerechnet, dass da noch ne Mercy in dem Team ist, und zum nächsten, mit der Rocket Barrage von Hinten rein! Ja, aber, oah, super Musik, jetzt Matschepump, was war das denn? Der Oerstatter, alles wird da gezündet, und da kommt nochmal die Ress, und da kommt nochmal der Oerstatter, Hustanzo hier, von Toppula, kommt natürlich die Super Drache jetzt hier mit und rein, aber schütze ich mich wieder, die Gravel sind auf drei Tanks hier, aber kein Schaden, die haben alle so viel Leben, sind da, oah, der Oerstatter, Noliger! Ja!